Tagebuch. Schorsch, was kann ich denn da heute reinschreiben? Alter, macht doch einfach das, was der Heribert schon seit Jahren empfiehlt. Ein Trinktagebuch. Und genau das ist heute auch euer Aufgabe. Ihr schreibt ab sofort jeden Milliliter Wasser auf, den ihr heute zu euch nehmt und dokumentiert das Ganze in dem Buch. Schreibt einfach alles auf und ich bin gespannt, was bei euch rauskommt. Heribert, machen wir noch ein Großglas Wasser bitte.